Eigentlich sind die Befragungen in beiden U-Ausschüssen bereits vorbei. Weil mit dem Tiroler Immobilientycoon René Benko und Herbert Kickls Treuhand-Vertragspartner Thomas Sieler zwei Personen mehrmals aus diversen Gründen nicht erschienen sind, gehen die Ausschüsse nächste Woche in die Verlängerung. Am Mittwoch soll Benko, am Donnerstag Sieler befragt werden. Absagen sind dieses Mal aber so gut wie ausgeschlossen. Denn beide sollen formell eigentlich sogar vorgeführt werden. Eigentlich. Entsprechende Anträge der FPÖ im Fall von Benko und der ÖVP im Fall von Sieler wurden mehrheitlich beschlossen. Die Anwälte der beiden versuchen dennoch ihre Mandanten vor Auftritten mit polizeilicher Begleitung zu schützen und zweifeln die Rechtmäßigkeit der Vorführung an. Diesbezüglich schrieben beide Juristen an Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka. Tatsächlich gibt es für Benko, Sieler und ihre Anwälte aber Grund zur Hoffnung. Wie das Innenministerium bestätigt, sind Aufträge zur Vorführung eingelangt. Man werde alle rechtlich zulässigen Maßnahmen zur Durchsetzung der Vorführung eingreifen. Die Entscheidung darüber liegt aber im Ermessen der Sicherheitsbehörden. Da beide ihr Kommen zugesichert haben, dürften auch gelinderte Mittel angewandt werden. Mit einem Polizeiaufgebot ist im Parlament daher, zumindest vorerst, nicht zu rechnen. Bekanntlich sind kurzfristige Wendungen aber nicht auszuschließen.